bin ich denn cool zu weit unten eigentlich ist ja egal so zack 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 und zack so dass du leckst 8000 chef die müsse mit mich gesehen stirbt und jetzt aber stirbt aber noch eine das hat sich eben so angehört ich kann nichts mehr fragen ist weg mit dem blumen so das feld geteilt auch schön ich habe ja immer noch keine fenster weiter drin ich brauche dann gleich erstmal leitern wenn das mal nicht so rumlecken würde die ganze zeit so zack zack holz hier her cobble stone so rein da ich glaube das pulver hat dich hier mit reingetan zack mein gott das tun wir weg das tun wir weg und es wird grad dunkel und die brauchte ich eigentlich zack zack so mein gott so die batterien äh hier da ok nee geht noch nicht zu schlafen zack mal so 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 naja sicher doch die kabel vergessen ach ja ich bin schon so ein idiot 1 2 3 nochmal so zack 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 wenn auch mal und ich entschuldige mich auch wenn meine maus so klickt aber ich kann auch nichts dafür das krieg nicht gut rausgefiltert ist ein bisschen blöd nur wenn jemand ein tipp hat wie ich das herausfinden kann also den höre ich gerne weil ich will ja nicht dass man das so toll hört immer so zack 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 dann bauen wir später noch ähm wie heißt das ding nochmal namen wusste ich eben noch äh ich hab den namen schmiede vergessen müssen ach du kacke äh du 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 mal schauen wo haben wir den denn äh wo ist das mit stink da ist das ding ne das ist er nicht ich brauch den hier ein extraktor ach ja das brauchte ich habe ich vier stück von ein elektrischen zirkulit und ein maschinenblock einen maschinenblock macht man natürlich so kostet ja nicht die welt ach mann ex traktor da und der natürlich ok ach ich habe nur drei heile hin ich muss mir gleich noch einen vierten kraften mhm so 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 und da haben wir den schon eins zwei drei dann brauche ich noch redstone mal zwei ja aber erstmal bevor ich das alles so verschwende und die kisten kommen ja dann auch nach oben äh machen wir den sticky haben keine mehr ne ne bevor ich da das verschwende zack mache ich mal so äh ja dann hier einmal zack und noch einmal zack ich glaube das ist ein bisschen viel aber naja so einmal so 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 ach Mist zack 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 machen wir das so zack ach da hatten wir noch einen 64er stick toll echt trottel äh test zack 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 so aber okay machen wir das einmal noch mal so und so sind viel zu viele da hab dann geworden aber naja haha okay fertig Asus des dann da war der eingang ich weiß nicht ich glaube ich bleibe auch bei der leiter hat das kohle aber chef im moment drauf oben sind wir das legt mein gott so dann wollen wir mal gut den generat habe ich mitgenommen wäre peinlich gewesen wenn ich den vergessen hätte okay die bed box touch mir oben ja wollte hier oben rauf klatschen geht ja so nicht so machen wir das so okay sack sack ach dafür brauche ich eine wrench aber im moment ne komm und bleibt jetzt im lokal wenn man den abbaut dann machen wir das einmal so rum dann hängt der ausgang hinten so wie ich das auch will okay dann kabel so zack er kann wieder ab dann machen wir hier so dass hier hinter die wand lang geht also dass die dinger mit in der wand stecken ist trotzdem ein bisschen klein hier oben naja wird ja noch erweitert habe ich trotzdem komischen platz ausgesucht naja ich mache das schon irgendwie wie immer das andere teil habe ich natürlich vergessen so leck 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 das leckt wie nichts gutes mein gott mein gott aufzulecken ach man da habe ich ihn nicht reingetan ich habe ihn hier eingetan das ok dann falsch das ist erst das nehmen wir mit das nehmen ach ich brauche ja noch einen anderen ofen ach man da muss ich das doch erstmal hier machen ok machen wir das so zwei dann brennen wir uns das dann nur so ein extraktor wollte ich bauen aber ich baue erstmal einen elektrischen ofen elektrische fornaz iron fornaz dafür bauen wir das noch dazu ok dann warte ich mal bis zwei hiervon noch fertig sind na gut komm raus da was kommt da rein einmal dann brauchen wir noch zwei mal mehr rats down kabel haben wir noch zehn stück ähm kopfer ach ja zack 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 das reicht und zwei stück ok haben wir 17 stück brauchen mehr gummi augen auER und zwei 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 wir brauchen iron翔 ideia So, da haben wir den, äh, ach nochmal Redstone, sicher doch, hab ich mal alles auf Tasche. Na gut, nehmen wir mal gleich alles mit, bevor ich wieder was brauche, okay, das war nicht so, aber egal, das war so, na ne, das war so, äh, und, so, haben wir den elektrischen Ofen, dann können wir gleich den Extractor noch bauen, aber ich glaube ich habe die Sachen nicht dafür, auch Maschinenblock baue ich noch, stimmt ja, ähm, oh, sorry, uh, so, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ein Cola reicht dafür, ganz genau, und ich habe schon wieder keinen Platz mehr, ich habe schon wieder keinen Platz mehr, la la la, ich renne mal ganz kurz nach oben, setze die Sachen so hin, so, weil dann kann ich auch schon mal anfeiern, mit einmal 64 Stück Kohle, und, ja, dann haben wir schon mal was, muss mal gleich gucken, wie lange ich schon aufnehme, falsch, da rein, okay, äh, ich würde sagen, ja, wenn ich den da hinsetze, dann frisst der Strom von da, will ich ja gar nicht, den bauen wir dann mal da hin, so, okay, kabel, und ich muss gleich nochmal schlafen gehen, zack, und zack, okay, der ist voll, der ist auch voll, dann, bleib mit dir, so, mein Gott, bewegt dich, es ist dunkel, und dunkeln ist gut munkeln, sagt man immer so schön, aber naja, will ich trotzdem nicht hoffen, weil hier nur das Skelett und so auftauchen, oh, rein mit dir, rein da, ich muss das eigentlich mal fertig bauen, diese Brücke, die ich machen wollte, und gute Nacht, dann gucke ich auch mal kurz, wie lange ich denn schon aufnehme, äh, wann habe ich denn angefangen, 23 Uhr 8, und, wir haben es gleich, 12 Uhr, fast eine Stunde schon wieder, meine Fresse, ey, die Zeit vergeht auch, so, äh, das ist fertig, fertig, dann bauen wir uns mal so einen Ofen, oder so einen Maschinenblock eher gesagt, zack, äh, wie war das nun mal so, so, nicht so rum, so rum, so rum, einer da hin, einer da hin, einer da hin, einer da hin, und einer da hin, und da rein, um alles rauszuholen, naja, scheiß drauf, hm, hm, naja, das wollte ich, zack, 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 zack,